Nächste Maschine. Was? Fließ dich uns an. Du bist durch und durch, Sina. Genau wie du. So, dann haben wir noch die zwei Dicken. Hm. Québec. Wir stechen bald in See, ich will dich dabei haben. Was macht denn da irgendwo nicht schwimmen? Baden? Super, jetzt hat er sich dahin. Uhhh, doch. Musik Jawohl, komm Ich heuere Seeleute an Ich zahle besser als jeder Okay, wir haben jetzt Schief Vier Feuerschaden Mh, mh, mh Plus zwei Schiffs würde schon Feuerkraft gewinnen beim Rahmen Star-Regeneration Vollwirkung mit Wuchsperren Mal wieder den hier Sehr gut Was ist mit Nikolaus? Ähm So Der will unbedingt da, ne? Statt aufs Schiff Dein Bruder schickt mich Dieser Narr Schickt immer wieder andere Für die Drecksarbeit Wie schlimm ist es? Das wäre jetzt ne Lüge Das wäre jetzt ne Lüge Ich weiß nicht, was wir mit dem gemacht haben, aber Das ist auf jeden Fall ne Lüge, wenn die Waage kommt Man kann's versuchen, aber ich glaub nicht, dass es überleben wird Wenn wir die jetzt schon tragen mussten Das Ende ist nah So hab ich mir meinen Tod nicht vorgestellt Festgesetzt auf einer scheiß Insel Ich hasse die See Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder Ich würde ihm gern seinen Bruder geben, aber ich glaub nicht, dass er mit dem schwimmen kann Nee Ich weiß doch nicht, was passiert, wenn man den einfach mal hinbringt Aufs Schiff Der badet hier immer noch Der badet hier immer noch Cool, das funktioniert schon mal, da glaubt einfach drauf liegen Aber ich darf mitnehmen Hochklattern können wir nicht Na, bin ich zu bezweifeln Würde ich sagen... Ups, wir beerdigen den hier. Nein, nein. Verfluchte Götter. Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Der Kapitän übernimmt das Steuer. So, weiter verfolgen. Bruderer auf Position. Wir können es herausfischen. Feinliche Feine! Der Fein wird bereits kaputt schießen. Eh, diese schießt da noch. Er hat die Späne auf. Der Feind ist schussbereit. Bereit zum Feiern. Späne! Achtung, Keiner! Die Späne. Verreit zum Feiern. Verreit zum Feind. Die haben wir jetzt so weg. Bäm, Alter, mitten durch. Okay. Da waren noch zwei Schatzküsten. Egal, wir gehen jetzt erstmal dahin. Weil... Irgendwo müssen wir damit in den Schnitz machen. Sonst waren die Folgen einfach zu groß. Also, von der Kapazität her, weißt du? Okay. Na, na, na. Der Wolf! Macht keine Gefangenen! Oh, das ist es. Seht, wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Du, du hast die Blockade der Athener durchbrochen? Sie war mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tücher hat dich gesegnet, Fremder. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizubohnen. Deines Vaters? Das sind jetzt Konflikte. Wenn ich jetzt sage, dann musst du mein Bruder sein, ja. Was er eigentlich gar nicht ist. Nicht wirklich, glaube ich. Aber dann... Er musste... Er sollte, um seine Area zu retten und töten. Also eigentlich dachte er, er hat es getan. Aber wir haben es ja überlebt. Naja, wenn wir sagen, Nikolaus könnte sein Tod sein, okay. Ich würde es schon gerne machen. Dann bist du mein Bruder. Der Arsch ist mein Bruder, ja. Egal. Wenn Nikolaus dein Vater ist, mach dich das wohl zu meinem Bruder. Hast du einen Schlag abbekommen? Was redest du für einen Unfug? Der Wolf ist genauso mein Vater wie deiner. Das ist lächerlich. Bevor er mich bei sich aufnahm, hatte er zwei Kinder. Und beide starben schon vor vielen Jahren in Sparta. Mit Ausnahme des Kindes, das nun vor dir steht. Fast hätte ich es dir geglaubt, aber ich bin nicht von gestern, Sertner. Ja, reden wir lieber darüber, wieso du hier bist. Warum segelt ein Sertner in einen Krieg, für den er nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Ich komme zufällig vorbei. Meine Dienste anbieten, wäre eine Lüge. Ich will den Wolf von Sparta treffen. Du kannst Nikolaus nicht einfach treffen. Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Wirst du hier wirklich das sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spatiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaus. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein. Aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Dein Vater. Wer ist er genau? Nikolaus, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch sicher von ihm gehört. Blöde Frage. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt folgen. Mhm. Und wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athena-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Wofür brauchst denn du... Warum brauchst du dafür einen Soldat? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Mhm. Ja, die können wir ruhig abzocken. Also, einfach so dienen wir hier nicht. Ich werde dir bei der Vertreibung der Athena helfen, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Die Athena haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athena auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Wo ist der Anführer der Athena? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert. Okay. Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athena brauchen könnten. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nyssaia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Diese Truhe, die ich für dich stehlen soll, warum ist die so wichtig? Eine Armee besteht aus Männern, die besoldet werden wollen. Nimm ihnen ihre Drachmen und sie kämpfen nicht länger für den Ehrgeiz anderer. Die Athena bewachen ihre Schätze in einem Vor am Fuße der Geranea-Bergkette. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athena-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaus. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Starten, Oran. Okay, muss ich noch mal zu Oran. Okay, plündern können wir ja, lalala, Kriegsvorräte verbrennen. Oh, ein Stifter, benutzer Aktionen, um sie zu bezahlen. Bezahle alle Stifter auf der Karte oder töte die Stifter in der Spielwelt oder tauche, bis die Frist abgelaufen ist. Alles klar. 204 Drachen, wenn ich würde das jetzt... Neee. Was, leider 7 bis 9. Ach so, wo ist immer 7. Anschlagtafel, Detektorat, U38. Keine Fotos. Klisch muss beischauen. Ja. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athena zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Mehrere Quests angenommen. Okay. Hm, dann. Okay. Okay. Ich? Wir stöcher dort da rum. Okay, da kommen wir wirklich nicht drüber. So, was haben wir hier oben? Ich beide geben nach Ihnen aus, der dafür mitverantwortlich ist. Irgende Feiglinge. Und wenn Sie tot sind, weiß ich, dass ich dem Kampf an seiner Seite würdig bin. Was ist hier passiert? Was kümmert dich das Söldner? Hast du etwas damit zu tun? Das wäre frühe nicht. Wenn du dich das, dann wärst du bereits tot. Heute ist ein Glückstag. Ich bin hier, um zu helfen. Stentor schickt mich. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger Wiesen, als wir dachten. Aber sie werden verspatter. Auf die Knie gehen, ja. Ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Das siehst du so direkt, ne? Die Vorräte sind weg. Ach. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Ja, das kennen wir doch schon vom Holz. Da hätten sie einen Karren nehmen müssen. Raus, als wären sie in den Wald gegangen. Echt? Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Und? Waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Ich habe herausgefunden, Punkt, Punkt, Punkt. Mein Bauchgefühl sagt immer, Punkt, 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 Punkt. Wären das Athena gewesen, hätten sie nicht nur die Vorräte, sondern auch die Karren genommen. Und Banditen hätten keine Chance gegen gestandene Spatiaten gehabt. Was willst du damit sagen? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Wir gehen in den Wald, alles klar. Hier wird irgendwo Essen gekocht. Hm, lecker. Mein Schweinschein. Oh. Na, du? Ist das ein privates Treffen oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte, bitte geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spatiaten? Was? Warte. Nein, bitte. Du verstehst nicht. Was gibt es da zu verstehen? Mir scheint das eindeutig. Bitte. Lass es mich erklären. Ja, Krieg, Mann. Hier, die haben nichts zu essen. Ja, klar. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten, noch die Waren zurückbringen sollte. Bitte. Ich sag dir alles, was du wissen willst. Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern? Nein. Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spatiaten hattet? Ich... Wir... Wir nahmen nur etwas Essen. Irkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Irkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Erklärt euch. Spatiaten sollte man nicht verärgern. Bitte. Wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles. Unsere Kinder verhungern. Ihr zahlt Diebstahl mit Mordheim. Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein. Bitte. Wir haben doch niemandem etwas getan. Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Genug. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Ja, aber es ist Krieg. Das ist denen ihr Essen. 100 pro. Und die haben es ihnen, denen ihr ja weggenommen. Das war ich mein. Also im Krieg, also deswegen die jetzt umzubringen. Die haben eigentlich nur das zurückgenommen, was er... Geh zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spatiaten. Ah, das ist auch scheiße. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit. Genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr werdet tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldner. Habt Dank. Vereilung. Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft. Schnell. Sorry. Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungern, den Zivilisten zu töten. Hm. Ich auch nicht. Hallo. 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 Komm. Hallo. Hallo. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Hm. Spür ihn auf. Zeig ihm, dass kein Söldnerhund Spartas Plänen im Wege stehen darf. Wenn du so eine schlechte Meinung von Söldnern hast, warum schickst du dann mich? Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos ist ein Stachel in unserem Fleisch. Eine Gefahr für alle Spartiaten hier. Bitte, wirst du uns helfen? Das werde ich, wenn er so viel Ärger macht. Ich nehme an, es gibt eine ordentliche Belohnung. Natürlich. Überlege nur, wie viel er bei sich haben muss bei all dem Geld, das die Athener ihm bisher schon bezahlt haben. Ich schätze, du hast recht. Hast du eine Idee, wo ich ihn suchen soll? Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athener eingenistet. Wir haben Patrouillen entsandt, doch sie kamen nie zurück. Und wir können zurzeit keine Männer entbehren. Zu deinem Glück bin ich nicht irgendein Mann. Nein, nein Mann. Man kann schnell nicht anheulen. Ne. Nur reden. Ziemlich. Weiches Leder. So, Christoph, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal einen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich noch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.